Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, Bayern hat gewählt. Die Linke ist als junge Partei in der bayerischen Politik immer noch in der Außenseiterrolle. Das entmutigt uns nicht. Andere Parteien haben auch drei Wahlen gebraucht, um in den Landtag einzuziehen. Die Linke hat bei diesen Landtags- und Bezirkstagswahlen hundertfach Gesicht gezeigt. Kämpferisch, selbstbewusst haben die Genossinnen und Genossen, Sympathisantinnen und Sympathisanten unsere Ziele und Werte öffentlich vertreten. Die Partei hat nicht nur in Bayern dabei noch stärker zusammengefunden und sich Respekt verschafft. Ich danke allen, die an diesem engagierten Wahlkampf teilgenommen haben. Auf diesem Weg wollen wir in den nächsten Tagen weitermachen. In sieben Tagen ist Bundestagswahl. Es ist für mich durchaus realistisch, dass wir dann auch in Bayern über der Fünf-Prozent-Hürde liegen, wie bei der letzten Bundestagswahl. Auch das wäre aus Bayern heraus ein wichtiger Beitrag für ein starkes Ergebnis für die Linke bundesweit. Und es wäre Ermutigung für die Kommunalwahlen, die nächstes Jahr in Bayern anstehen und bei denen wir selbstverständlich antreten werden. Der Aufbau unserer kommunalen Verankerung ist und bleibt der wichtige Punkt für den Parteiaufbau und für den langfristigen Erfolg in den alten Bundesländern. Die bayerische Linke ist ein Gewinn für die Demokratie in Bayern. Sie steht für unsere Politik, 100 Prozent sozial, friedlich und garantiert amigofrei. Sie ist offen und ansprechbar für die Probleme der Menschen und orientiert sich auch in Zukunft auf die außerparlamentarische, aktive Arbeit. Das war vor den Wahlen so und das bleibt auch so. Dankeschön. 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 Dankeschön.